Wanktang. Jetzt mal wieder Wanktang, das wäre lecker. So, was müssen wir denn eigentlich jetzt machen? Scheinertown. Sie müssen zu Johnny oben im Nachtclub Glaze, der Schwanz des Drachen, und mehr über den Aufwalt von Barabus erfahren. Der Türkorb für das Gläce ist 7 zu 5. Bitte keinen Tumult ausüben. Tja, it's a nice night out, huh? Tung. Wanktang. Tja, von den anderen hat ja Kinder überlebt, deswegen. Wenn ich jetzt, ich hab's gesehen. Äh, so, ich glaube, es ist jetzt der Punkt, wo ich die Fäuste sprechen lasse. Fascher Antwort kommt, nein, das wirst du bereuen. Äh, da muss ich mal einen anderen Weg suchen. Wir sind erst mal höflich, ne? Tja, it's a nice night out, huh? I'm with somebody. Tja, it's a nice night out, huh? Tja, it's a nice night out, huh? Tja, it's a nice night out, huh? Yeah. Tanze. Tanze, wie du noch nie getanzt hast. Okay, reicht. So. Am I supposed to know you? Ähm. Oh, hey, ich bin der Typ, der dich umgebracht hat. Hat. Nicht wird. Der ist aber sehr aggro. Am I supposed to know you? Äh, bist du Johnny? Johnny ist upstairs. Nobody sees Johnny unless I say so. Okay, Elvis. Äh, verstehe. Ähm. Danke. Gute Nacht, Atalantana. Schlaf gut. Toll, was schön ist. Bis morgen. So, das Klo ist zu, ne? Ich glaube, ich muss mich hier durchkämpfen. Oder ich sneak mich durch. Ob das klappt? Ups, wenn ich jetzt hier so... Ähm. Normalerweise ist das jetzt der Punkt, wo ich die Fäusten spreche, ne? Ah. Oups. Wait. Okay. Okay. Ah. 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 Die Pia! Fällt überhaupt nicht auf. Hast du deinen Kugel erschossen noch, Mann? Ey. Ey. Oups, das war. Kuck, kuck. Passt. 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 Upsala. Ich glaube, wenn du springen funktionierst nicht. Oh, ich zieh die Knarre, ey. Huch. Ups. Ja, mit Sneaky wäre er nicht gewesen. Ich wüsste jetzt ad hoc nicht, wie ich da hochkomme, ne? Ey, das war ein Kopfschuss. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo ich bin. Über uns unter dir sind ramen drawing. Gleich wähle ich mir doch mal zurück. Das ist mein Gott. Ich tussen mit줘. Ich te đemasse nicht. Nein! Oh, na. Doch! Es tut mir leid. T什iko... Ihr habt nichts gesehen. Ihr habt nichts gesehen. So. Welche ist sicher das Bessere gerade gewesen? Warte mal, jetzt müssen wir mal schnell mal Waffen checken machen. Äh, Waffe. 8, 30, 12. Ja, ja, ist schon die Bessere. Okay. Nehmen wir mal oben anklopfen, ne? Wir bleiben mal dabei. Haben wir jetzt einfach mal geschnetzelt. Das sind die Tongs, die dürfen das. Okay. Oh, guck mal. Ist auch schon geflüchtet. Jetzt mal langsam. Du brauchst wohl mehr eine Auszeit. Alles klar bitte, Junge? Hinsetze, schlauze halten, alle meine Fragen beantworten. Verstanden? You got something to say to me, Basshole? Who let you in the Chinatown anyway? You're here for your mother? Yeah, well, we'll give her back after she's done with the last 20 guys. Zum Tod lachen, jetzt zum Geschäftlichen. Das ist noch nicht clever, Johnny. Überhaupt nicht. Wo ist der Typ, den du entführt hast? Genau. Who told you that? How would you know about that? Who are you? Answer me. Ich bin Bundesagent so einer Terroristen in deiner Obhut. Don't tell it a thing, Johnny. Shoot it! You told me that guy was a nobody. Just what the hell did you get us involved in? Shoot it. You'll find out. You're dead, asshole! What the fuck? I shot you! You're dead! That's exactly it, Johnny. It is dead. It's quite difficult to kill something that's already dead. And I assure you, it's not wearing a vest. The bullet entered cleanly through the lower abdomen. Gernisch auf ihn, Johnny. Tak nevester. Normally, a bullet of that caliber would likely ricochet and tear up the small intestine. But as you can see, it exited cleanly through the back with little external bleeding. The reason being, its internal organs have atrophied. Was shit? Wer zum Teufel ist da? Ich finde, er hat recht. Und wo du das jetzt weißt, muss ich dich auch töten. Wer zum Teufel ist das da im Fernseher? What the hell is going on? What are you? Dispose of Johnny and we'll discuss the matter of your missing comrade. Sag mal, wo ich diesen Mann finden kann, Johnny. No, fuck you! Die already! Hey, stop right there. So, Johnny. Hast du schon zugeguckt? Hast du schon zugeguckt? Ich habe mich nicht zugeguckt, nicht du? Es ist Teil des Lebenskodees der Erkrankung, die die Träten, so zu sagen. Und bevor du mich versuchst, zu beurteilen, solltest du wissen, dass ich deine Heatsignatur monitoriere. Ah, cool. Und wer sind sie? Aha. Ach, die Clementine, okay. Das ist eine Falle. Ich werde kommen. Erscheinen. Guck mal, draußen ist wieder Party. Alle freuen sich, alle lachen. Mom's are gone. Mom's are gone? Na klar ist Mom's are gone. Tja. It's a nice night out, huh? Oh, jeb, nicht schade. Okay. Warum war die Buchung hier nicht drin? Okay. Puh. Mal gucken, wo der Fuse in der Karte ist. Ich habe keine Ahnung. Ah, ich weiß wo. Deswegen war ich in die hele Griffe, ne? Und wir kamen hier nicht weiter. Uh, die Tür saufen. Achso, ja, von der anderen Seite. Ja, stimmt. Und dann wäre man ohne Blutvergießerei gegangen. Das stimmt. Nein, bringen sie ihn hier raus, dann reden wir. Äh, wo bin ich denn hier? Kommen sie raus, zeigen sie sich. Stepp. Bö. Na schön. Ich glaube, das Subjekt wird sterben. Gut. Ich habe gesagt, Sie sind ein eher ressourcevoller Individuum. Das sollte Sie ein sehr inträgliches Spezimmer machen. Du und dein Kind können Mortals spielen für Weaklinge und Fuhlern. Und das kann für einige fit sein. Aber du überstimmst mich. Was sind Lampen? Das wird gleich richtig hell werden, oder? Das Subjekt ist male. Die Appearance ist erst zu früh bis zu late 20. Die richtige Ähnung ist unbekannt. Das ist ein sehr, 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 sehr. Test chamber air sample is 97% carbon monoxide. Normal respiration cannot take place. Subject is by all definition clinically dead. Hello in there. I'm going to run some tests on you. I'm interested in how you work, but only because it's my task to find the most efficient way to kill your kind. Please, give me everything you've got. Begin the experiment. Test chamber has been filled with ultraviolet light, releasing moderate UV radiation. Does that burn at all? Subject exhibits no sign of pain or even physical discomfort. Shut down the lights. Conclusion. UV radiation does not produce the desired effect. Sure, good. Please, move on to the next chamber. But hopefully he is. If you cooperate, I will give you a dog for your good behavior. I find my subjects preferred dog blood over the rats I normally give them. What is it, solche durchsneaken oder was? Your kind is resourceful. Your survival instinct borders on animalistic. I'm curious about your innate abilities. Let us see what you can do. The walls are reinforced concrete, several feet thick. There is no other exit. Believe me, it is my design. So. So. I have been with gesprochen. Hello there. Hello there, Gordon. Whoa, 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 whoa. Oh! Ups, das ist falsche. Wo muss ich denn jetzt hin? Oh! I wonder, how many limbs can you lose before you cease to function? Sag mal! Mach die Tour auf, ja! Oh! 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 Achso! Ich dachte schon, dass das Licht aus... Hallo! Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh! Vielleicht soll der irgendwann bloß hier stehen bleiben. Muss ich die kaputt machen oder... oder... Was sieht nicht so aus? Okay. Okay. Proceed to the next room. Sometimes myths are constructed around legitimate observations. Let us find out if there's any truth in an old superstition. Initiate Van Helsing experiment. Does... Oh, jetzt wird's aber... That hurt. I'd rather the experiment didn't end here. Please, don't disappoint me. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ey, ich will dafür keine Menschlichkeit verlieren. Was ist das für ein Idiot? Stacheldrahtzaun in the morning Stacheldrahtzaun Late at night Stacheldrahtzaun in the evening Stacheldrahtzaun Maste die Tür auf Ja, wo kommt da Blut? Los, freeze Ich will die nicht umbringen Hä? Muss ich die nicht umbringen? Ich will die nicht umbringen Oh wow Van Helsing Hypothesis tests false Hallo? Oh Well, when God fails Put your faith in the gun Proceed, Commander Oh The men are veteran mercenary The weapon modifications Are Find incendiary allow Promising Suggestion Ich bin der Korte Alter! Ouch! Hey bitch! Nein! You are turning out to be a very useful guinea pig. But we have a conflict of interest. You continue to endure even though it's my instruction to incapacitate you. This calls for a more drastic approach. Continue to the next rule. I'm very enthusiastic about this next test. That's why. Many regimes use electricity to torture information out of their captives. It would be useful if this applies to your kind as well. Or will the voltage have results similar to fire? Let's find out. Oh, okay. You have demonstrated considerable mental and physical acumen. And I'm quite perplexed how something that should be dead can display such strong survival skills. Strong survival skills. I'm a survivor. Let's begin the final test. Step into the next rule. Mhm. Guck mal, da sind noch Elite Leute. Ai jai 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 jai- jai. Jai jai jai-jai jai. Zu jedem siebten Ei. Tadadadadi. Stand by. Runner check on the extinguisers one more time. I've already determined, fire is a weakness of your kind. Dann gucken wir mal mal. Versuchsfuchs, genau. Ach, guck mal. So. Jetzt gibt's Hauer. Okay, es war nichts Böses. Das ist gut. In jedem siebten Ei. Feueralarm. Oh. Nee, da liegt keiner. Ruhe. Hallo? Oh. Oh, warte mal. Oh, der brutzelt. Habe ich so viele? Nee, die kriege ich doch gar nicht, ne? Ich hab ja bloß die Gewehre, die ich habe, oder? Alarm. Ach, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, mal gucken, ob hier ein Solo ist irgendwo. Wir sind hier eigentlich reingekommen. Ne, 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 da neben war ein Schlüssel, den ich eingesammelt habe. Ja, was ist denn schon dabei in jedem siebten Ei? Guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal, ob hier irgendwie special sind. Au. Oh, du bist Barabbos, nehme ich an. Gary hat mich geschrieben, um dich loszuholen. Lass uns abhauen, komm. Ähm. Nur keine Scham, ich haben sie auch erwischt. Lass uns schnell raus hier. Wait. We can't go yet. There are servers here. We need to hack in and delete all of their research. Er hat sich im Surferraum erkältet. Okay, das überlässt nur mir. Der Computer, den ich nicht knacken habe, muss erst noch gebaut werden. Let's check the computers. Anything on Kindred needs to get wiped. Anyone interferes, you leave them to me. Mh. If I saw the lungs out of everyone in this place, it still wouldn't feel like revenge. Mh. Na los, lass uns Dateien löschen gehen. In jedem siebten Ei.